Herzlich willkommen, gute Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Start in diesen Tag. Es ist regnerisch, aber wir haben trotzdem sehr interessante Informationen für euch. Der Bitmax-CEO, der hat ja vor kurzem, wie ich berichtet hatte, ja gesagt, dass Cardano nur Hype wäre. Ich bin da anderer Meinung und werde das heute noch einmal kurz bestätigen mit den News, die wir haben. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir Informationen zu Tesos. Die haben ein Upgrade gehabt, was die Transaktion pro Sekundum bzw. die Skalierbarkeit und Sicherheit von Tesos steigern wird. Ist übrigens auch ein OG-Coin, was sehr positiv ist. Sollte der auch anfangen zu steigen, wird es auch ein positives Zeichen dafür sein, dass der Altcoin-Run vor allem mit den OGs anfangen kann. Dann haben wir Informationen zu Hedera. Leider negative News. Es gab ein E-Mail-Daten-Leak bzw. worüber Angreifer dann die E-Mail-Adressen der einzelnen Teilnehmer am Netzwerk ermitteln könnten und letztendlich Cyber-Angriffe starten können. Nicht so schön, aber auch nicht allzu dramatisch meines Erachtens nach. Wir haben eine sehr wundervolle Information von XRP. Es wird der XLS-20-Standard eingeführt für NFTs, was mehrere Fähigkeiten auf die XRP-Ledger bringen kann, was NFTs angeht. Dann haben wir auch einen neuen Partner bzw. einen neuen Korridor, der geöffnet wird mit einem schon bereits vorhandenen Partner, welches über 34 Milliarden Cross-Border-Payments auf die On-Demand-Liquidity-Plattform bzw. Produkt bringen kann, wo letztendlich auch XRP genutzt wird, um die Transaktionen durchzuführen. Wir haben Dubai als neuen Exchange-Hub. Viele Exchanges wollen jetzt nach Dubai und wollen sich Binance anschließen. Und dann haben wir den verrückten Segler, den Michael den Segler, der sich wieder richtig viele Bitcoins eingekauft hat. Und das Ganze jetzt vor der Bitcoin-Messe in Miami wird wahrscheinlich etwas bullischer werden, als wir uns das vorstellen und wird vielleicht ein schöner Katalyst sein für den Anstieg. Aber der Markt fällt erstmal. Gucken wir uns das mal an. Welch ein Schock, welch ein Schock. Wir waren gut am Fallen gestern. Ich glaube, wir sind auf die 44.000er Bereiche reingegangen, auf die unteren 44.000er Bereiche. Wir sind wieder hoch, halten uns stabil über die 45.000er Marke. Und das Ganze jetzt wurde natürlich gehypt. Ja, hey, Bitcoin-Messe, alle haben erwartet, dass da so schöne News kommen werden und der Preis nach oben geht. Ja, was passiert? Der Preis fällt. Das ist ein typischer Fake-Out-Move, den wir hier haben. Ihr habt keine Angst. Das ist ganz normal, dass sowas passiert. Wir haben bestimmte Level noch nicht gebrochen und es hält sich alles noch sehr, sehr stabil. Wir halten uns auch noch über der 2-Ballionen-Marke. Es ist alles nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick erscheint, weil viele machen jetzt schon wieder Panik. Das war's. Wir gehen jetzt wieder in den Keller. Natürlich. Es dreht sich um ein, zwei Prozent und wir gehen natürlich wieder in den Keller. Aber bevor wir auf die News eingehen, Leute, liked, wenn ihr mögt, was ihr hier seht und unterstützt diesen Channel. Okay, was haben wir hier? Schaut euch das mal an. Seit Beginn des Jahres sind 500.000 neue Cardano- bzw. ADA-Adressen dazugekommen. Wir sind von 2,6 Millionen auf 3,2 Millionen ADA-Wallet-Adressen angestiegen. Und das, meine Damen und Herren, das hört sich meines Erachtens nach eher Bullish statt Bearish für Cardano an. Aber ich weiß nicht, der BitMEX-CEO sieht das irgendwie ein bisschen anders und er denkt, das ist alles nur Hype hier um Cardano und investiert lieber sein Portfolio bis zum Ende des Jahres mit 75 Prozent in Ethereum. Klar wird er dann den größten Hauptkonkurrenten, der vor der Tür steht, der mit wundervollen Lösungen ankommt, mit Hydra, was über eine Million Transaktionen pro Sekunde erlauben wird. Will er natürlich eher schlecht reden, wundert mich eigentlich nicht. Was haben wir dann hier? Von einem Twitter-Account Ada Whale, also das ist jetzt kein richtiger Wal, hier wird zwar gesagt Ada Whale, viele denken jetzt auch, nein, ein Cardano-Wal hat das gesagt. Der sieht hier natürlich einen schönen Preisanstieg bei Cardano und vor allem beim Total Value Locked wieder am steigen. Halte ich nicht sehr viel davon, viele achten darauf, auf den Total Value Locked. Cardano war am Anfang letzten Jahres bzw. Mitte letzten Jahres richtig angestiegen mit Total Value Locked. Dann sind andere rüber gestiegen auf andere Projekte und dann fällt das Ganze wieder. Also ich weiß nicht, ob ich das als einzelnen wirklich starken Indikator dafür sehen will, ob mein Netzwerk zukunftsträchtig ist oder nicht. Es geht letztendlich um die Transaktionen pro Sekunde und das Volumen, was gehandelt wird, was so ein Netzwerk ausmacht, meines Erachtens nach. Und hier wird halt gesagt, innerhalb der nächsten 6 bis 3 Monate werden Stablecoins, Rap-Bitcoin, Lending, Hardware-Wallet-Support kommen, Dexes, Ada-On-Chain-Stacking, so ähnlich wie Cardano. Das ist halt sehr, sehr interessant, was in den nächsten 3 bis 6 Monate auf uns zukommen wird bei Cardano und das stimmt natürlich richtig, richtig bullish, was Cardano angeht, Leute. Und sowieso sind wir kurz vor der Rotation meines Erachtens nach, die hat sogar schon begonnen und das kann natürlich alles als Katalyst sorgen, dass Cardano letztendlich nochmal diesen Blow-Off-Top erreichen und neues All-Time-High setzt. Was haben wir noch für euch? Ja, bei Hedera sind hier einige Informationen rausgelegt. Es sind E-Mail-Adressen rausgekommen. Natürlich waren sie geschwärzt, aber aufgrund der Methodik, wie so eine E-Mail-Adresse, wie man hier unten sehen kann, generiert wird, waren hier nur Teile geschwärzt. Und man kann aufgrund der Namen und der Methodik, wie halt so eine E-Mail-Adresse bei denen generiert wird, herausfinden halt, welche Person welche E-Mail-Adresse hat und letztendlich Cyber-Attacken starten auf diese Personen. Und hier weiter unten wird halt gesagt, ja, trotz dessen, dass sie solche große Partner wie Google haben, schützt das Hedera jetzt nicht davor, dass sie solche Cyber-Angriffe starten können. Und da sie Use Cases im Bereich Digital ID und Central Bank Digital Currencies haben, wirkt sich das nicht sehr positiv aus. Aber ja, auch sowas passiert, Leute. Ihr wisst ja vom Ledger-Hack, da wo die E-Mail-Adressen der Kunden rauskommen sind, von vielen, vielen großen Unternehmen, sei es Microsoft, sei es sehr, sehr große Unternehmen, wo das passiert. Also ist nicht positiv, was wir hier hören, aber ist jetzt auch kein Schlag gegen Hedera, was ihnen das Genick bricht. Okay, gucken wir uns mal an, was haben wir hier? Tezos mit revolutionärem Blockchain-Konsensmechanismus-Upgrade. Okay, was bedeutet das? Jetzt hat man die Gewissheit, dass Transaktionen nach zwei Block-Bestätigungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Wir haben durch diesen Upgrade die Möglichkeit, Transaktionen pro Sekunde wie Visa zu erreichen. Visa schafft, wenn es komplett hochskaliert wird, 70.000 Transaktionen pro Sekunde, was sehr, sehr interessant ist. Es wird Ethereum Virtual Machine-Kompatibilität geschaffen. Also es geht hier in die richtige Richtung, wie wir sehen können. Wie wir auch hier sehen, innerhalb von einem Jahr sind Smart-Contract-Aufrufe auf Tezos von 100.000 im Januar 2021 auf 6,2 Millionen im Januar 2022 angestiegen. Positive Informationen, was Tezos hier betrifft. Und ihr wisst ja, das ist ein OG-Coin und es ist immer wieder schön zu sehen, auch wenn die OG-Coins positive Entwicklungen haben und neue Entwicklungen auf den Markt bringen. Und das habe ich hier nochmal vergessen, genau. Ein Vorteil des jüngsten Upgrades ist auch die Senkung der Anforderungen für die Aufnahme in das Netzwerk um 25%. Das bedeutet, man muss keine 8.000 Tezos mehr im Besitz haben, sondern nur 6.000, um in das Netzwerk aufgenommen zu werden. Und das ist auch nochmal schön, die Barrieren werden dadurch reduziert. Gucken wir uns mal an, was ist das? Sehr, sehr interessant. Wir haben einen Standard, der sich hier bei der XRP Ledger bildet, den XLS20 Standard. Und das ermöglicht halt auf der XRP Ledger mehr Zweck, NFT-Lösungen bzw. Applikationen aufzubauen. Und das ist ein super, super interessantes Zeichen. Hier wird auch gesagt, Ripple wird in den Sektoren des Media und Entertainment, Real Estate und Carbon Credits einen Rieseneinschlag haben. Und es werden im Bereich Tokenisierung, sobald mehr Interesse besteht, weitere Entwicklungen auf den NFT-Deafnet stattfinden. Sehr, sehr interessant, welche Richtung das geht hier mit XRP. Es ist lange nicht mehr eine Brückenwährung. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen neuen Cross-Border-Payment-Corridor, der sich öffnet zwischen den Philippinen und Australien über Novati, den RippleNet-Partner. Und es ermöglicht uns 3,4 Billionen an Transaktionen, die wir haben können, auf dem On-Demand-Liquidity-Service von RippleNet, was letztendlich XRP für Cross-Border-Payments, für grenzüberschreitende Zahlungen nutzt. Bullish, Leute. Wir haben immer und immer wieder neue Partner. Es wird interessant. Und hier sieht man, wie man es machen kann. Dubai hat durch seine Regulatorien, die sie gesetzt hat, richtig viele Exchanges angelockt und treibt dadurch den Kryptomarkt nach vorne. Binance ist dort schon, Krypto.com, FTX, Bybit, also richtig große Exchanges finden das sehr, sehr attraktiv, was Dubai da macht. Und natürlich ist es steuerlich auch sehr, sehr sinnvoll für einen Krypto-Exchange, sich dort anzusiedeln. Sehr interessant, dass das in diese Richtung geht. Und es ist auch schön zu sehen, dass sich viele, viele Firmen in diesem Land auch so etablieren. Denn das sorgt halt für Sicherheit in diesem Markt. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Michael Saylor. Der Michael, der segelt, der hat hier mal wieder, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen hat er für 200, über 200 Millionen Bitcoin nochmal eingekauft. Jetzt hat er noch einmal für 190 Millionen Bitcoin nachgekauft. Und ich denke mal, das wird schön hypen, kurz vor dieser Bitcoin-Messe in Miami. Er wird da auch auftreten, der gute Michael Segler. Wird da wahrscheinlich auch gut Werbung für machen und die Werbeltrommel schön läuten. Aber gut, sehr, sehr interessante Information. Schauen wir mal, was wir jetzt auf den Charts für euch haben. So, sehr interessant zu sehen, was hier auch XRP macht. Wir haben die kurzfristige Trendlinie, wie ihr sehen könnt, nach oben hin gebrochen, sind jetzt runter korrigiert. Die Trendlinie hier unten hält noch. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass wir uns zwischen der 50er und der 100er Moving Average hier aufhalten. Die 50 Tage Moving Average, die hält sich hier tatsächlich als schönen Support, wie wir hier sehen können. Wir haben aber eine Kreuzung zwischen der 100er, der gelben Linie und der 50er Moving Average hier gehabt. Und wie ihr sehen könnt, hat das meistens immer dazu geführt, beziehungsweise war ein Indikator dafür, dass wir vor einem starken Anstieg stehen. Wir haben die nächste Kreuzung hier gehabt. Was ist da passiert? Wir haben einen schönen Anstieg nach oben gehabt. Kreuzung nach unten, Kreuzung nach oben. Was wird wohl jetzt kommen? Wahrscheinlich ein guter Anstieg nach oben. Ich könnte in der Zeit zurückgehen, ihr seht, das ist immer wieder der Fall gewesen. Wir haben eine Kreuzung, das ging nach oben. Wir haben eine Kreuzung, das Ganze ging nach oben. Wir haben eine Kreuzung, wohl das war die Negativkreuzung hier unten. Hier haben wir wieder eine Positivkreuzung gehabt, das ist hochgegangen. Aber das habe ich gerade schon erwähnt gehabt. Wir können so weit zurückgehen, wie wir wollen. Es ist immer wieder das Gleiche. Das ist immer ein positives Zeichen gewesen und ein Zeichen dafür, dass wir eventuell einen Anstieg sehen werden. Gucken wir uns mal an, was wir hier im Weekly haben. Wenn wir uns XRP im Weekly angucken, nehmen wir uns mal den 21-Tage- und den 34-Tage-Moving Average. Und wie wir auch hier sehen können, hat der 34-Tage-Moving Average schön als Resistance gedient. Wir sind da nicht drüber gekommen. Der 21-Tage-Moving Average, wir sind da einmal kurz durchbrochen, haben uns aber mit dem Candle-Bodies immer noch da drüber gehalten. Was ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Es ist schön zu sehen, wenn wir uns über der 21-Tage-Moving Average im Weekly halten. Noch wichtiger ist es im Monthly. Gucken wir uns mal an, was wir dort machen. Und hier ist schön zu sehen, wenn wir uns den 21er-Monatsdurchschnittspreis, den 13er-Monatsdurchschnittspreis nehmen. Sehen wir, dass wir hier genau einen Channel bilden und zwischen den beiden Averages hier uns hin und her fluktuieren. Aber sehr interessant ist, dass der 21-Tage-Moving Average hier hält. Der 13-Tage-Moving Average, beziehungsweise ich sage immer Tage-Moving Average, monatliche Average-Preis hält hier auch. Wir haben hier starke Resistance gehabt, einmal, zweimal und dann sind wir eingebrochen jetzt, halten uns aber genau in der Mitte. Man sieht diesen Candlestick hier nicht, dieser rote kleine hier, aber wir halten uns genau mittig. Wir haben aber im RSI hier einen Ausbruch gesehen, was sehr, sehr interessant ist. Wollen wir mal sehen, in welche Richtung das gehen wird. Schauen wir uns mal an, was Ethereum macht. Ethereum hält sich hier auch komplett nach den Fibonaccis. Wir sind hier einmal hochgegangen, haben hier Resistance gehabt, kleinen Moment, ich zoome es noch einmal näher ran, damit wir das sehen können. Wir sind einmal hochgegangen, haben uns genau bei der 38,2 Fibonacci Retracements aufgehalten, sind runter, haben da starke Resistance gefunden. Sind einmal drüber geschossen, direkt auf dem Weg, haben uns hier bei der 50-prozentigen ein, zwei Tage gehalten, beim dritten Tag jetzt die Korrektur nach unten gesehen. Dazwischen hat sich hier die 38,2 schön als Support einmal dargeboten. Sind sehr zu hoch und halten uns hier mittig auf, genau dazwischen. Sehr, sehr bullish meines Erachtens nach trotzdem noch. Und was macht Bitcoin? Bitcoin macht hier Ähnliches. Schaut euch das mal an. Unsere kurzfristige Trendlinie, die wir gesetzt haben, haben wir gestern genau hier einmal angetestet und sind jetzt wieder hoch. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass es genau der Bereich war von der 144er Fibonacci EMA Ribbon, wie ihr sehen könnt. Das ist die weiße Linie, die uns hier auch in Vergangenheit schön als Resistance gedient hat. Wir haben den hier einmal angetestet, sind runter, haben uns hier zwei, drei Tage aufgehalten, dort drumherum, haben gekämpft mit der 233er, sind wieder runter auf die 144er, drüber geschossen. Hier noch einmal mit dem langen Candlestick runter korrigiert auf die 144er, hoch und jetzt genau wieder dorthin. Jetzt testen wir genau die 144er an, sind wieder nach oben geschossen, sind alles noch sehr, sehr positive Zeichen. Wir halten uns jetzt hier bei der 13er Fibonacci EMA Ribbon auf, haben hier einen schönen Support gesehen, wie wir sehen können, sind mit dem Candle Body teilweise genau da drauf. Sehr, sehr spannend, was hier passiert. Ich finde, das sind immer noch sehr, sehr positive Zeichen. Wir halten uns auf sehr, sehr hohen Preisebenen auf, haben hier keine sehr, sehr starke Korrekturen. Es verhält sich letztendlich alles so, wie wir uns das gedacht haben. Darum positiv bleiben, Leute, zurücklehnen und den Ride genießen. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out!